Anarchie Im folgenden Interview, das wir mit einem britischen Aktivisten aus dem Gefangenensupport führten, geht es um aktuelle Neuerungen im britischen Rechtssystem, insbesondere um die Einschränkung der Prozesskostenhilfe und die Einführung von sogenannten Prozessgebühren, die ein klares Beispiel für das immer klassenbasiertere juristische System Großbritanniens darstellen. Nun, ich denke wir wissen alle von der komplexen Verflechtung zwischen Kapitalismus und dem Justizwesen in, sagen wir mal, dem westlichen Teil der Welt. Ich spreche jetzt mit einem Aktivisten aus dem Bereich des Gefangenensupports aus Großbritannien und würde gerne etwas über eine Neuerung im britischen Justizwesen erfahren, die beispielhaft zeigen könnte, wie das konkret funktioniert. Okay, ich werde einige Dinge ansprechen, hauptsächlich das Thema der Gerichtsgebühren, die im vergangenen April eingeführt wurden. Vorher möchte ich jedoch etwas darüber sagen, welche anderen Dinge im Zuge der Ökonomisierung des Justizwesen in England passiert sind. Im Jahr 2013 verabschiedete die konservative Regierung ein Gesetz zur Änderung der Prozesskostenhilfe, das es Leuten mit geringem Einkommen unheimlich schwer machte, juristisch vertreten zu werden. Und das betrifft dann all diese Fälle wie Scheidungen, Sozialhilfe, andere Leistungen, Arbeitsfragen, Fahrlässigkeit im klinischen Bereich, Mietsachen, all diese Themen, von denen Menschen aus einem Arbeiterhintergrund oder mit geringem Einkommen überproportional betroffen sind in England. Die größte Reaktion kam von Anwältinnen und Menschen, die im Bereich der Prozesskostenhilfe arbeiten, weil sie an dieser Arbeit interessiert sind und es einen großen Teil ihres Arbeitsvolumen ausmacht, was wiederum bedeutete, dass sie dafür nicht bezahlt werden können. Sie gingen daher in den Streik, was natürlich eine spannende Entwicklung war. Aber diese Entscheidung legte die Grundlage dafür, Leute ihre Möglichkeit auf juristische Vertretung zu versagen, sodass es kaum Widerstand oder viele Möglichkeiten gab, etwas daran zu ändern, als sie das jüngste Gesetz dieses Jahr durchs Parlament brachten. Ich meine, England ist schon immer für ein besonders klassenbasiertes Justizsystem bekannt gewesen, das einseitig gegen die arbeitende Klasse und all jene ausgerichtet ist, die nicht in der Lage sind, selbst die Kosten zu übernehmen. Klassischerweise wird diesen Leuten auch direkt die Schuld dafür gegeben, etwa so, ihr seid nicht arm, ihr seid einfach nur zu faul. Die konservative Regierung verabschiedete das jüngste Gesetz mit einer großen Mehrheit, einer größeren Mehrheit, als die Regierung selbst erwartet hätte, und hat dies zum Anlass genommen, ihrer Ideologie freien Lauf zu lassen, wonach die Armen arm sind, weil sie es so verdienen, und die Reichen reich sind, weil sie es so verdienen. In ihrer Vorstellung wird also Armen deshalb die Rechte vorenthalten, damit sie härter arbeiten, damit sie in der sozialen Stellung aufsteigen und schließlich Teil der reichen Elite werden. Aktivistische Kreise wurden natürlich auch stark betroffen, aus dem einfachen Grund, dass viele Aktivistinnen nicht besonders reich sind, weil sie ihre Zeit dafür aufwenden, an Kampagnen zu arbeiten und in vielen anderen Feldern aktiv zu werden, die kein Geld erzeugen. Wenn sie also verhaftet werden, ist es sehr schwierig für sie, eine juristische Vertretung zu bekommen. Es liegt auf der Hand, dass der Staat ein Interesse daran hat, diese Leute zu verfolgen. Und er erleichtert dies derart, dass unter Umständen die beste Option, die den Leuten übrig bleibt, die ist, sich selbst zu stellen. Das britische Justizsystem ist immer noch sehr theatralisch. Es gibt immer noch Roben und Perücken. Und es ist eine derart andere Welt, dass ohne entsprechende Vorbildung man ganz wörtlich kaum eine Chance hat, sich selbst adäquat zu verteidigen, selbst wenn es dringend notwendig wäre. Das war jetzt schon lange so, aber im April dieses Jahres führten sie die sogenannten Gerichtsgebühren ein, die, wie es auf der Regierungswebseite heißt, dafür da sind, dass erwachsene Straftäter, die das Gerichtswesen nutzen, sich an den Kosten für dessen Unterhaltung beteiligen. Sie sagen also, dass es eine Dienstleistung ist, die sie für dich anbieten, und du deshalb dafür bezahlen solltest. Und die Methode, um zu entscheiden, ob du zahlen solltest, basiert auf einem Schuldspruch und einer gewissen Staffelung. Wenn es sich um ein Amtsgericht oder ein lokales Gericht handelt, fällt der Betrag geringer aus. Sie sagen, dass er nicht von der Verurteilung abhänge. Wenn es also zu einem Schuldspruch kommt, bemisst sich die Gebühr an der Schwere der Tat und der Anzahl der Verurteilungen. Und es gibt auch eine Beziehung dazu, welche Art von Diensten in Anspruch genommen wurde. Wenn du ein teureres Gericht in Anspruch nimmst, musst du mehr zahlen. Die Kosten reichen dabei von 150 britischen Pfund bis zu 1200 Pfund. Darin untergebracht sind Anreize, sich schuldig zu bekennen. Wenn du dich zu einem frühen Zeitpunkt schuldig bekennst, musst du auch weniger zahlen. Und es ist keine Geldstrafe. Es sind einfach Kosten, wie eine Gebühr, die man in einem privatisierten Gesundheitssystem zahlen müsste. Aber wozu es natürlich führt, ist, dass sich Leute einfach früh schuldig bekennen und es überhaupt nicht zu dem gesamten Gerichtsprozedere kommt. Ein weiterer Aspekt ist, dass der Betrag für reiche Leute vergleichsweise gering ist. Für Leute mit geringem Einkommen ist das jedoch ein massiver Anteil am Gehalt. Von den Arbeitsschwierigkeiten mal abgesehen, die im Zuge des Prozesses an sich entstehen. Die Mehrheit derjenigen im englischen Justizwesen, die nicht ultrakonservative in ihrer politischen Ideologie oder immer noch nicht allzu elitär gesinnt sind, denken ebenfalls, dass dies eine schlechte Idee ist, weil sie genau das ist. In einem bereits einseitigen System lehnt sie das Justizwesen noch stärker auf die eine Seite und macht Leuten, die bereits jetzt unter schwierigen Situationen zu leiden haben, das Leben noch schwerer. Und das ist eine besorgniserregende Entwicklung, weil sie Leuten mit geringen Einkommen oder unter prekären Lebensbedingungen die Fähigkeit entreißt, gegen die Regierung vorzugehen. Denn in vielen Fällen macht sie es ihnen schwer, weiterzuarbeiten oder zu überleben. Sie schröpfen dich also einfach und sagen, ja, wenn du zu arm bist und dir das nicht leisten kannst, kannst du ja ins Gefängnis. Denn das ist deine Option, wenn du nicht dein komplettes Leben damit verbringen willst, zu versuchen, die Schulden für geringfügigste Vergehen abzustottern. Als Aktivist, der im Bereich des Gefangenensupports tätig ist, ist es äußerst deprimierend zu sehen, wie Leute in so eine Position gebracht werden. Konntest du beobachten, ob dies bereits gegen Aktivistinnen angewendet wird und was in den Fällen die Reaktion vor Gericht war? Ja, aus meinem persönlichen Umfeld. Ich werde hier keine Details nennen, aber ein befreundeter Aktivist wurde bei einem öffentlichen Protest festgenommen. Und als er nach der Änderung des Gesetzes zur Prozesskostenhilfe eine solche beantragte, stellte sich heraus, dass es völlig unklar ist, selbst aus Sicht seines Anwalts, ob er diese überhaupt wird bekommen können. Er hatte ein sehr geringes Einkommen, ich glaube sogar unter dem Schwellenwert, um diese Hilfe zu beziehen. Und er ging davon aus, dass er das Geld erhalten würde. Aber jetzt, wo sie das noch schwieriger gestaltet haben, ging das nach ein paar Monaten so aus, dass sie dem schließlich nicht entsprachen und plötzlich saß er auf 2000 Pfund Schulden. Er musste innerhalb der nächsten zwei Wochen eine Anzahlung leisten. Ansonsten würde die Gebühr noch weiter steigen. Er weiß immer noch nicht, ob er vielleicht doch noch eine Beihilfe für den gesamten Prozess erhalten wird. Aber er weiß auch nicht, wie lange sich der Prozess hinziehen wird, so dass er womöglich auf einem riesigen Schuldenberg sitzen wird, sogar bevor er verurteilt oder eingeknastet wird oder was auch immer passiert. Vor 2013 war es eigentlich immer recht einfach gewesen, Prozesskostenhilfe zu erhalten und es gab immer eine gute Anwaltsfirma, der du diese Arbeit anvertrauen konntest und bei der du davon ausgehen konntest, dass diese Arbeit erledigt wird. Wenn du jetzt in Großbritannien verhaftet wirst, kann es durchaus sein, dass du keine adäquate juristische Vertretung erhältst. Du bekommst vielleicht nicht einmal jemanden, der dir akkurat alle Schritte erklärt, die dir bevorstehen und darauf hinweist, wann und in welcher Weise du vor Gericht zu sprechen hast. Das britische Justizsystem ist sehr stark von Routine geprägt und einer Haltung von Sprich, wenn du angesprochen wirst und Sprich in angemessener Weise mit dem Richter. Es handelt sich da um viele Kleinigkeiten, aber wenn du nicht weißt, wie du da ordentlich auftreten sollst, hast du faktisch keine Chance. Dann nehmen sie dich auseinander und du verlierst garantiert deinen Prozess. Und das wirkt sich natürlich massiv auf die Psyche der Leute aus, nicht unbedingt vor dem Gerichtstermin, aber wenn sie dann mittendrin stecken und sich komplett ins System ausgeliefert sehen und unfähig, irgendwie darauf einzuwirken. Von einer generellen Ablehnung des Justizsystems mal abgesehen, besteht Hoffnung, dass dieses Gesetz vielleicht keinen Bestand haben wird? Oder hast du eher den Eindruck, dass die Dinge sich sogar zum Schlimmeren entwickeln? Ich denke, es wird eher schlimmer. Die konservative Regierung, die wir aktuell haben, geht in diese Richtung. Als sie beim letzten Mal viele solcher Gesetze diskutierten und einführten, waren sie noch in der Koalition mit einer anderen Partei, die liberaler war. Und jetzt sind sie allein. Aktuell setzen sie sehr viel, auch staatliches Geld ein, um einen ideologischen Krieg, insbesondere gegen die Sozialhilfe zu führen. Nach einem der Crashs, als reiche Banken viel Geld aus der Wirtschaft zogen, haben sie dies als den richtigen Zeitpunkt dafür befunden, die Verantwortung den Arbeitslosen zu übertragen, indem sie deren Sozialleistungen kürzen und sie in eine unmögliche Lage bringen. Und eine juristische Vertretung ist eine der letzten Hoffnungen gewesen für viele, die von Regierung und den Sozialbehörden konstant verarscht werden. Mit anstehenden Änderungen im Bereich des Miets- und Arbeitsrechts wird diese Änderung bei der Prozesskostenhilfe massive Auswirkungen auf gerade diese Menschen haben. Es fällt bereits schwer, sich vorzustellen, dass eine Regierung daran gelegen sein könnte, Teile der Bevölkerung völlig schutzlos zu lassen, ohne die Möglichkeit zu arbeiten, ohne die Möglichkeit für ihr Auskommen zu bezahlen, ohne die Chance auf Wohnraum oder für sich und andere Sorge zu tragen. In der Folge glaube ich nicht, dass sie das Justizsystem fairer machen werden. Wenn selbst die Anwältinnen und Richterinnen revoltieren und sagen, das ist zu hart, wir wollen das nicht, ist die Situation verdammt schlecht. Während des Streiks sprachen sie sogar über einen möglichen Zusammenbruch des bisherigen Justizwesens, da dieses bislang in Großbritannien als eine unabhängige Gewalt galt, die selbstständig ist und genauso Einfluss auf die Regierung nehmen kann, wie sie von der Regierung beeinflusst werden kann. Aber wenn sie sich als derart hilflos empfinden, dass sie sogar einen Streik organisieren müssen, dann ist das angsteinflößend. Persönlich bin ich nie ein Fan des englischen Justizwesens oder der Behörden gewesen. Ich habe nie wirklich dran geglaubt. Aber es ist immer noch ein System, mit dem wir arbeiten müssen und in dessen Rahmen wir überleben müssen. Und wenn sich dieses Überleben immer schwieriger gestaltet, betrifft es ganz direkt all die Leute, mit denen ich zusammenarbeite und mich selbst auch. Okay, vielen Dank und viel Kraft für die zukünftige Arbeit. Vielen Dank.